ich muss mich jetzt einfach mal persönlich bei euch melden ihr seid der knaller ich habe so viel resonanz bekommen auf mein posting was meine dämliche krankheit betrifft es ist unfassbar aus allen herrenländern formel 1 fahrer meine ganzen freunde die ich von früher noch habe von der rennerei von der vln natürlich james klickenhaus oder oder karl geiger unglaublich mich alles angeschrieben hat und mir glück wünscht und gesundheit natürlich ja also ich bin überwältigt tausend dank und bitte die daumen der hat glaube ich noch ein bisschen schlimmer den hat es schlimmer erwischt als mich und